Hallo meine Freunde und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rocket Liagü. Du fährst mit Briggs. Und immer noch ohne Doktor. Ja wie gesagt, wir gönnen ihm ja einen Spaß. Das macht er jetzt auch ausgiebig und macht er voller Freude, so wie es für... Hau! Anscheinend. Sammy, Jam, Schu, Musch! Da hab ich geprankt. Ich prankt ne Frau. Dann haben wir gut, warum sie gewinnen. Okay. Ich glaube jetzt ist die Musik zu lang. Ah, Rush. Rush B, ich hab dir zu wie Counter Strike gespielt. Ich spiele nur mit dir, wenn dann... Sartin, Alma Hut, Alma Hepp, wie auch immer. Weiß ja nicht auf welchen Drogen fluss du bist. Oh, die hatte gerade ne volles Game of your life. Ja, aber die andere kommt dran. Das hat cool ausgesehen. Alles weiter, alles weiter, alles weiter. Ist gut, alles gut. Ich schneid sie gerade zusammen. Fuck! Voll nicht drüber nachgedacht. Einfach rausgechoin. Hehehe. 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 Steht's gerade echt 2-0? Ja. Ok. Ah, 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 ah! Den Klausch, den Klausch! Ach, Savi, Schaben, ich tun muss mir. Erst die wir besteigen lassen. er kann mir jetzt wenn ich habe es aber ich habe sie von unten bevor ich jetzt noch anspringt von hinten frontals attackiert nehm ich sie von unten das ist schon ok du musst auch Opfer bringen hast du gedacht sind neiner zwar mehr schlecht wie recht aber jetzt liegen sie bei jaja die hat die Idee so gekümmt ich habe eigentlich nur auf dich gewartet jetzt gerade ich wollte dir deinen Spaß mit den zwei Frauen lassen mir gedacht komm ich darf auch so gut sei froh jetzt bin ich fix und fertig das war das war drei Sekunden voller Spaß und Action das reicht mir so gut du hättest auch freie Bahn du hast immer noch freie Bahn jetzt kommt sie sie gut das hat sie mir geholfen das ist nett von dir sagt danke ich bin ganz smiley weil es eine Frau ist oh wenn's klein ist Was tut denn? Ja, fast ein Burggrafen gezogen, so oft bin ich im Kreis gefangen. Oh ja, haha. Mann, 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 Freak, sehr ehrlich. Du sollst doch hier keinen Rasen ausheben. Ja, doch, der ist so scheiße hier. Was hast du da jetzt gemacht? Ich hab gedacht, ich krieg dich. Ja, das ist, ja. Ja, war, war knapp. Ey, egal, der war da. Ja, 255, du müsst die Folge auch ein bisschen ziehen, viele, doch, heißt, lange aufnehmen. Wer viele zählt, das ist das A und so. Eben. Ah, ich geb's nicht mehr blockiert. Ich hab ihn so ein bisschen geblockt. Oh. Sehr schön, das ist freie Bahn. Ja, ich verkack's. Sehr gut. Weiß ich, danke. Guter Schuss. Schro- agoco- agoco. Lasse función. Nein du William. Guter Schuss. Guter Schuss. muss ich das jetzt versteht was jeder gerade geschrieben hat oder er oder ist also wenn wir zusammen haben vielleicht nicht helfen ja habe ich gerade so nachgefragt weil ich ich verstehe freie bahn freie bahn da steht freie bahn chillt schön dein lebe macht geprägt ich werde das man die von der wanze weggesprungen die ist spider woman ich habe kein boost mehr lass den ball weiter liegen was machst du fliegel am geschmeidigen plan kein stress um schon schon wieder gerade sind reier gekommen ja schon bin ich abgeschrieben doch auch zärtlichkeit ja hier holt sie dir bitteschön ein guter schluss lampen in tor schon es läuft immer jetzt aufs zähne okay was machen die zwei jetzt da gerade ring und beginnt so viele toren kriegen Willst du das mal jemand erklären, bitte? Nö. Was war das? Wie haben wir so viele teure Gegner gekriegt? Ich weiß nicht. Du fährst. Die waren am Anfang besser, sagen wir einfach. Das wird peinlich für uns. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe sie zerstört. Oh. Ich habe mich getroffen. Das habe ich gesehen, aber danke für die Info. Bitte, bitte. Bist du, ah, bist du nicht. Nö, ich bin nicht klar, ich habe gespult. Das ist aber kein Problem. Nein, ich habe mich auch können, ja. Oh. Prank bist du. Prank bist du. Du hast mich selbst geprankt. Sehr schön. Ein gutes Tipps neu ist. Das stimmt allerdings. Prankst dich öfter mal. So wie jetzt gerade wahrscheinlich wieder. Geht es jetzt echt die Verlängerung? Nee, geht es nicht. Irgendwo bau man noch. Das kriegen wir hin. Ein leichtes für uns. Minimalst. Ja, doppelt gemoppelt hält besser. Oh, schief. Kommt mit. Kommt nicht mit. Kommt irgendwo hin. Macht nichts. Ich habe trotzdem. Oh, Traumvorlage. Traumvorlage. Nee, der Puder war es. Einfach. Vollklappen, Gott. Deine Lappen. Ich kriege dir lacke. Da hast du meine Vorlage gesehen. Ohne mich hättest du halt ausgesehen. Ja, dann. Mein Freund. Ohne mich hättest du halt ausgesehen. Awesome. Gigi. Arm Arsch. Ich habe ihr meine Liebe gestanden und sie. Arm Arsch. Ich habe mir ein Danke gesagt. Ja, zum guter Schuss. Wahrscheinlich. Ich fand das Danke eine coole Aktion. Ja, das war. Du lieb dich. Danke. Danke. Bin ich total geschmeidig. Koronnes hat sie. Sag's dir. Ganz dicke Koronnes. Und haarige. Schöne. Das spielt sich entfalten. Haarige Koronnes. Geil. Ich schwörd schon wieder ganz so wuschig hier. Ich weiß nicht, wie der schon wieder vor mir an den Ball kam, aber gut. Ich müsste immer zu lang zum Spiel spielen. Das sieht bei mir aber so aus, als ob sie nur 8 Meter weit weg sind. Oh, nice. Der ist drin. Hättest du den jetzt doch verkackt. Du hättest dir deine Fingernägel lackieren müssen. Gut gemacht mit dem Falldeckzieher. Ich bin schon schnell reagiert. Ja, du. Kann man mal so machen. Manche. Manche haben hier wie so voll die Extremreaktionsdinger. Ich habe auch einen Fallgezieher geschafft. Der Ball war ewig weit weg. Und. Dann ne, bin klar. Trin wäre scheiße gewesen. Mach ich einen Hals. Mach ich einen Hals. Mach ich einen Hals. Ja, 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 ja. Dann geht das mir höchst. Gerne. Ich habe nur gesehen, ach gut, die Pfeife probiert wieder in vollem Zustand zu fliegen. Och gut, 8 Meter vorbei. Alles da. Mach ich einen Hals. Dafür darfst du jetzt fahren. Du hast jetzt da vorne. Oh nein, bitte nicht. Das ist Druck. Ich kann mit Drucken schon gehen. Guck, 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 guck. Was habe ich gesagt? Geht nicht. Passt nicht. Ich glaube, du hast die ganze Ebene vorgeschildt. Ja, aber. Nice. Okay. So war das auf jeden Fall nicht geplant. Mann. Bist du da? Jo. Aber auch wieder schlässlich erwischt. Ach ja, gut, dass ich dabei bin. Wunderbar. Boi. Ach, wir führen 3-1. Ich hatte gesagt, die führen 2-1. Naja, egal. Hups. Hups. Ich habe gedacht, so. Oh ja, gut. Ich bin hier hinten. Scheiße, schon wieder. Dö, dö, dö. So, endlich geh ich auch mal drin. Lass mal. Oh. Da war ich zu langsam. Da. So viel zu Reaktion. Die Reaktionen sind fast eingeschlagen. Hast du? Mhm. Gut. Könnte sogar. Hast du nochmal? Weiß ich nicht, ob das reicht. Oh, nö. Ich wollte auch kein... Wie wurde ich jetzt... Da habe ich mich zerstört? Wie hast du... Wie hast du... Das musst du dir bei mir angucken. Das wusste ich, ich werde zerstört und sehe in dem Moment, wie du dran vorbeifliegst. Wir getroffen habe ich den Ball, aber sie haben gegen den Pfosten geschossen. Äh. Wie? Äh. Ja, ja. Und ich wurde zerstört. Boah, du heilige Makarete. Was ist denn hier los? Das ist immer noch zu uns. Oh ja, oh ja. Richtig geprankt. Wie immer. Oh, der kommt scheiße. Ja, Freibahn. Siehst du? Freibahn für Marzipan. Oh, macht nix. Danke. Wenigstens einer trifft das Tor. Wollte grad sein, machst du jetzt eigentlich hier grad in Chili oder was ist jetzt hier grad dein Auftrag? Ihr, was läuft doch falsch. Oh, man, oh, man, oh, man. Finde ich einfach nur, dass man bei mir auch mal Tore sieht. Du, du hast trainiert, du musst ja dich ein bisschen beweisen. Achso. Der ist für dich und freie Bahn. Freie Bahn. Mach schneller! Ich bin nicht schnell, ich bin da, ja. Du, 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 du. Das wollte. Du Hund! Sein Ernst? Hast du mir grad nicht gegengeflogen? Ich hab nur hinter mir ein Auto gehört und wollte ihn verwirren. Ja toll, du verwirrt mich mit dazu. Die sind gut. Oh, die hat er gut getroffen. Oh, nice. Abys 33. Kriegst'n guter Schuss. Ach ja, Mann, Mann, Mann. Wir machen es uns aber auch immer sehr schleicht. Schleicht? Schleicht. Das ist der passende Mittelweg zwischen schwer und leicht. Schleicht. Du kannst jetzt Politiker werden. Ja, du, das hab ich mir auch schon überlegt. In vier Jahren. Äh, Amerika, mein Ziel. Ja, da brauchst du nicht viel dazu, um da gewollt zu werden. Ja, eben. Deswegen, pass ich genau hin. Ja, eine Waffel hast du schon. Ja, eben. So tue ich dich mit dir aufdämmen. Oh, wow. Was ist denn jetzt eigentlich Schluss? Wir dominieren die ganze Zeit und jetzt kriegen wir das hier wieder... ...knallhart eingebüßt, oder was? Ja, da bin ich aber komisch abgeflogen. Abgehoben. Oh, 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 oh. Oh, da... Oh, jetzt hat er... ...hat er aber rausgeholt, den Falle, Ruzier. So, kein Problem. Ich hab ihn weggeflogen. Oh, was ist denn mit dem? Ist der eigentlich auf Flugdrogen, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Ich glaub, das ist Krypton Baloo. Ohia, Baloo, ohia, Baloo. Wie geht's weiter? Ich hab keine Ahnung mehr. Mann, wie bist du drauf? Freunde, seid durch Digger, Baloo und seine Crew. Mann, jetzt muss ich dich doch aufklären, oder was? Aha, Briggs wird zerstört. Flasche. Oh, oh, Briggs, bitte. Ja, jetzt bin ich ja gut genug. Der blöder Vogel jetzt. Hey, also bitte, ja. Das tut mir jetzt auch weh. So, dass das Vogel... Jetzt bist du gut genug, du blöder Vogel. Oh, oh. Äh. Okay, ich hab' mich gehofft. Pau, zatzgebracht. Zu dir? Zu dir? Back to you. Ich muss mich erst positionieren. Der liegt über mich drüber. Äh. Fünf, vier, drei, zwei, eins, und... Wir werden eh noch ein paar Saltos. Oh Mann, war das ein scheiß Spiel von mir. Ich glaub, wir machen heute immer drei Spiele. Das ist cool, das gefällt mir. Das machen wir. Sorry. Kein Ding. Kein Problem, dicker. Alles easy, diggi. Alles easy peeeasy. Ah. Yo. Bah. Du, 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 du. Hörst du eigentlich auch Musik bei Rock'n'Leave, ne? Nö. Warum nicht? Ich weiß nicht. Du, 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 du. Generell wenig Musik. Ich hör auch oft in die Arbeit ohne Radio oder sowas. Ja, okay, klar. Ja, mein Backbois ist so laufend, wenn du gehören kannst. Okay, hab ich verstanden. Aber so ein bisschen. Das war schon eine schöne Zeit. Was hast du mit Tick-Tick und so? Mhm. Ja, ja, du schaust Tick-Tack-Toe und was gab's doch? Spice Girls? Spice Girls? Wie hieß es? Spice Girls. Oh, stimmt, stimmt. Oh, oh. Das hält so. Okay, das hält so. So trifft, der ich jetzt echt nicht erwartet. I'm so sorry. Ich hab ihn weggekriegt. Da geht ja schon gut los, das Spiel hier. Ja, und der trifft ihn? Nee. Ja, voll die Flasche. No! Du Flasche. Flasche leer, Trapetoni. Flasche. Doch, bitte. Ich hätte was sagen können, ich weiß. Fahr, fahr, fahr. Nicht mehr. Ich dachte, der fährt. Ich hab gewartet, aber er glaub ich auch. Ja. Und ich dachte, du fährst bis im Frühjahr. Mh. 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 Arschloch. Mh. 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 Weißt du was? Alles klar, ich steh gar nicht mehr im Tor. So, was hast du jetzt grad davon? Ach ja, ich hatte ja vergessen, dass Chili täglich Erdbeerwoche hat. Ja, ja, ja. Du hast aber auch vergessen zu erwähnen, dass du gerne mal meine Erdbeerwoche genießt in Deine Mütchen. Wolltest du jetzt noch was sagen? Nee, der Gedanke hat mich jetzt so angewidert, ich möchte nichts mehr sagen. Glaub mir jetzt widert mich an, er macht es. Oh, jetzt, jetzt kommt die, jetzt pochen die Gerüchte. Oh, da bin ich zu schief geflogen. Ja, der könnte... Hau doch! Du Limmel! Jetzt bleib ich gleich, wie ich es doch mit so einem Stürmer gewinne. Da! Tor! Geh ins Tor! Warte, was, 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 was? Du Hund! Das sollten wir auch mal machen. Hast du die Taktik von denen gesehen? Schau dir das mal an. Der eine rammt mich hier weg. Clever gemacht. Was sagt dich eigentlich? Das ist clever gemacht, muss man sagen. Ja, komm, 2.0, es ist kein Null. Hallo, es läuft alles. Ja, alles noch Plan. Ja, das sowieso. Oder auch nicht. Na, soll sein, bei ihm nicht drüber gespielt und noch den Buß geklaut. Und den Bußdruck geklaut und die noch nicht drüber gespielt. Scheißegal, ob er einen Tor schießt, aber der hat mir den Buß geklaut. Du Hund, Bußd. Geht gar nicht, Verräter. Charakterlos nenne ich sowas. Das ist charakterlos. Bußdklaut. Was ist das mit dem? Also irgendwas ist da ordentlich falsch gegangen. Deiner? Ja? Nein! Mitte! War zu langsam. Cloudboost, also das ist ja eklig. Boah! Mit sowas spielen wir überhaupt noch. Der verarscht dich jetzt gleich wieder. Ja. Aber ich bin schnell genug drangefahren. Hast du den? Der kommt hässlich. Jo. Zu halb. Ich kenne mich schon wieder durch die Gegend. Ach. Mitte! Ja, das gibt's doch nicht. Oh, 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 oh. Der erwischt jeden Ball. Nein. Schön. Ich würde gern. Aber auch kein Buß. Aha, jetzt habe ich ihn geprankt. Den Hund. Mitte! Nein. Okay. Sorry. Macht nichts, macht nichts. Alles gut, alles gut. Ich zerstöre ihn doch einfach. Er trifft wieder. Mann, ey. Also irgendwie... Die spielen leicht... Die spielen aber auch leicht verwirrend. Ganz ehrlich. Bitte? Der kriegt... Und der zerstört mich. Du... Lümmel. Nee. Schreibe ich nicht. Das mache ich nicht, das Ass. Nein, nein. Mach's doch einmal, du rast aus! Sackst du, Alter! Äh... Warum kommt der eigentlich schon wieder zu uns? Aus Gründen. Ah. Ja. Nachdem hab ich vorbeigeschaut. Ja, hat durch aus. Kriegst du noch mal? Ah, schade. Oh, scheinbar hast du nicht getroffen. Zap! Trau dich noch mal. Lappen. Ehrlich. Da liegst du dich mit dem Fallschneiden. Kommt zu dir? Oh, yes. Komm bitte. Mhm. Ach nee, ich wollte ihn pranken. Kommt über dir drüber. Schönes Ding. Für was bin ich eigentlich da? Deko. Diesmal bist du Deko. Ja, aber jetzt 20 Sekunden könnte knapp werden. Ja, allerdings. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen einen anziehen. Auf irgendeinen Fehler müssen wir hoffen. Komm bitte. Ach, ja, 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 ja. Oh, nee. Nein. Der war zu schnell. Ja, klar, der hat den. Yo. Was geht denn bei dir? Du hast auf jeden Fall die Rocket League Drogen erfunden. Das gibt's doch gar nicht hier. Komm, wir fahren weiter. Alles klar. Ich bin vor dir. Hallo. Und null. Null, 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 null. Null, 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 null. Du, 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 du. Ja gut, schade. Das war das erste Spiel, was wir verloren haben, oder? Von den drei? Nee, ich glaube das letzte auch. Scheiße. Haben wir nicht. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Egal. Das geht doch nicht länger als fünf Minuten. Einfach scheiße. Na gut. Dann war's doch wieder für diese Folge. Wenn's euch gefallen hat, sehen wir uns zur nächsten Folge. Bis dahin, haut da rein. Und tschoss. Pau.